Und da sind wir wieder bei der nächsten Folge von The Fisherman Fishing Planet. Heute geht es zum Rocky Lake. Und was uns da erwartet, gucken wir mal. Neue Fische, neue Angelmethoden. Ich bin echt gespannt. Also, Rocky Lake steht auf dem Plan. Wir werden ja hier gerade Stück für Stück durch die ganzen Missionen an das Angeln herangeführt. Und zuletzt hatten wir ja das Spinnenfischen im letzten Video und konnten uns da ans Spinnen ran machen. Jetzt geht es hier zum Rocky Lake. Wir haben keine Lizenz. Das heißt, wir gucken einfach mal. Das ist in Colorado, Alter. Dann gehen wir mal in den Laden. Gucken nach Lizenzen von Colorado. Kaufen hier die Premium Lizenz. Jetzt, wo wir keine Vorgaben haben. Gehen zurück zur Karte. Unlimitiert. Jawohl, so wollen wir das. Reisekosten, Tage. Ach, gucken wir mal. Ach, das ist ja interessant. Wenn der Tag rum ist, muss ich weg oder was? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, wir haben hier fantastisches Wetter. Am nächsten Tag wäre eigentlich viel besser. Haben wir viel längere Zeit. Mit, ähm, viel höheren Peak. Ähm, 15, sagen wir mal so, 16 Uhr legen wir los. Wissen wir also schon Bescheid. Da ist das. Alter, das sieht ja krass aus. Schnell dahin. Oben, auf dem Berg drauf. Nee. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie gerade keine Vorgaben. Ich muss gleich nochmal schauen. Seewanderer. Ja, geil. Kratsching. Alter, und hier ist gerade einer. Der Wulf da hinten. Mächtig am Angeln. Forellen und so weiter. Petri Wulf. Zieh raus da, die Dinger. Ähm, ja. Was haben wir denn jetzt? Was sagt denn die Mission? Habe ich eine Mission? Beweisen Sie ihr Können. Jede Art von Forelle. Jede Art von Forellen fangen. Verwenden Sie Blinker, Spinner. Verwenden Sie Blinker oder Spinner mit Schonhaken. Oh. Okay. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt so einen, so einen Schonhaken da dran? Okay, wir gehen erstmal angeln. Vielleicht geht das auch so. Ähm, und ich, ich stelle auch die Zeit gar nicht um. Wir sind jetzt bei 5 Uhr morgens. Das ist noch so einigermaßen gut anscheinend gerade. Fischen gehen. Loslegen. Volles mit auswerfen. Und erstmal was ziehen hier. Schön entspannt ein durchziehen. Simples einholen. Erstmal gucken. Beißt überhaupt was jetzt? Geht überhaupt irgendwie was dran? Verwenden Sie Blinker, Spinner mit Schonhaken. Ich hab nicht so einen Schonhaken. Ich muss das machen mit Schonhaken. Kann ich so einen Blinker, Spinner mit Schonhaken kaufen? Verdammt. Angelzubehör, Kunstköder. Jig, Blinker, Spinner mit Schonhaken. Ha. Ach du. Schande. Was sind das für Dinger? Ich bin überfordert. Inventar. Hierfür. Das Ding ist weg. Äh, weg. Laden. Ein Kunstköder. Blinker mit Schonhaken. Hä? Abbrechen. Ähm. Äh. Löffel, bla bla bla. Dreifach. Die einfachste Möglichkeit damit Fisch zu fangen. Haken. Zweier. Aber ich kann das Teil. Hm. Wir müssen irgendwie Kunstköder rankriegen mit Schonhaken. Also abbrechen. Karte. Verlassen. Totaler Reinfall. Schließen. Laden. Ähm. Kunstköder mit Schonhaken. Ich nehme jetzt mal den hier. Schwarz. Gloss. Der Gegenstand wurde zu Hause platziert. Ja, dankeschön. Inventar. Hab ich ihn oder? Nein, ich hab ihn nicht. Ich werd. Ich. Das macht mich fettig. Das macht mich aber jetzt fettig. Weil ich's einfach nicht schnalle. Das ist der Punkt. Lone Star. Nein, Mann. Ich will jetzt nicht hier zum Rocky Lake. Weil ich nicht klarkomme, Alden. Ich muss zum Lone Star und erst mal klarkommen. Habe ich's denn jetzt hier? Ich komm nicht klar. Weil er einfach nicht klarkommt. So. Habe ich jetzt hier irgendwie, habe ich hier eine Butze, wo ich so Sachen. Ich komm noch nicht. Ja, Leute. Das ist jetzt die große Frage, ey. Das ist doch hier die Homebase. Das ist doch hier Home Sweet Home. Home Sweet Home. Lone Star Lake. Hör mal, du machst mich grad fettig. Aber so richtig. Mission. Lone Star. Erkunden. Und wir angeln einfach, äh, wir nehmen erstmal diese Mission. Die haben wir ja noch ein bisschen was zu erledigen. Und, ähm, gehen zum Lone Star. Und ziehen hier zumindest nochmal schnell einen Fisch raus. Geht ja gar nicht, Alter. Geht ja gar nicht. Fisch-Art. Was wollten wir fangen? Was war, äh, die Mission? Grünen Sonnenbarsch. Goldenen Putzer. Und Blacktail Shiner. Und den Blacktail Scheiner. So. Fisch-Arten. Blacktail Scheiner. Mag Teigbälle. 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 Okay, ich brauche Teigbälle. Laden. Ähm. Köder. Normale Köder. Teigbälle. Kratschi. Der wurde im Rucksack verstaut. Ja. So ist es schön. Ich gehe in den Laden und stopfe es mir in den Rucksack. So wollen wir das machen. Dann gehen wir dahin. Und zwar starten wir um 10 Uhr. Das kann doch nicht so schwer sein. Hallo, Dario. Jo. Puh. Er steht da immer noch. Und dann angeln wir jetzt hier erstmal ganz entspannt auf Teig. gibt es ja gar nicht. Und dann mit dem Spinning irgendwie wieder Druck klappen. Vielleicht weiß ja irgendwer von euch, wie das klappt. Ich weiß es gerade nicht. Und zwar partout nicht. Also so gar nicht. Gar nicht, gar nicht sogar. Puh. Warum warum konnte ich gerade nicht die Spinner verwenden mit dem Schon Inventar mit dem Schonhaken 25 Zentimeter tief. Ich habe hier gerade die die Tiefe der Pose quasi eingestellt. Also war halt irgendwo hier so. Gehen wir mal so auf. Machen wir mal so 30 Zentimeter tief. So. Zip. Ach guck mal. Schon eine Errungenschaft irgendwie gekriegt. Genau. Und schon steht er wieder. Ja, das macht mich natürlich jetzt gerade ein bisschen madig. Aber dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich hier an dem Gewässer erstmal die ganzen Aufgaben erledige. Und auch so die die nächsten alle Stück für Stück wurde rausgezogen bevor der Fisch beißen konnte. Okay, das war zu schnell. Stück für Stück die ganzen Aufgaben erledigen. Und dann gucken wir mal dass wir da weiterkommen. Und vielleicht vielleicht kriegen wir das ja hin dass wir das dann spätestens auch im Livestream gebacken bekommen. Tja. Wie immer Daumen da lassen Kanal abonnieren und Hilfe wie geht's? Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.